Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepuff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Inneren wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampen jeden Außenseiter als Gemeinschaftsfremd-Tod. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen geld. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenbeiner-Dotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Himmler. Unter all ausgerechnet Himmler. Getreuste wird treu. Das ist der spinnste Verrat von allen. Göring, ja. Er war korrupt. Immer schon. Speer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscherlein. Und holen Sie mir, Fägelein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort sein Bericht. Sie bleiben, Doktor. Bitte. Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich, haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tod zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Wie ist das? Ich bin etwas Stück. Ich bin fast. Ich bin fast.